Hallo hier ist das Fox CSA Team. Jetzt machen wir etwas ganz interessantes ein kleines Wettläufchen. Jetzt kommt es los. Los Papa 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 los. Wettest du, wettest du ihn? Wettest du gewinnen. Papa geht so langsam in Führung. Während die anderen dann auch hinten die Schlafmützen fast einschlafen. Und Papa wird schneller. Und Papa ist im Ziel. Und Mausi freut sich. So, hier ist Fox. Wie viel war es nach dieser Runde? Naja, ungewohnt, aber es geht. Alles gut? Okay, ich bin auch ein bisschen auf den Atem. Ja gut. Lange nicht gemacht sowas. Hat Spaß gemacht. Hier, Tati wird nochmal zu. Geht ab nach Hause. Eine schöne Cola trinken. Ja, der Megalber, der war super in Form. Hat uns alle nochmal eingeholt. Krasse. 2-0. Super Sprunt gemacht. 2-0. Für den Megalber gegenpackt. Sehr gut. 've fleisch wird das gesammelt. 8-0. 7-0. 8-0. 0. 10-0. 10. Vielen Dank.